Hallo und herzlich willkommen zum Lore Talk Folge Nummer 56 mit dem lieben Herrn Craft. Hallöchen. Und mit mir, Barlow. Ja. Haben wir eigentlich irgendwas in allgemein? Wie war deine Reise? Warst du unterwegs? Sehr schön, ja. Also momentan fahre ich aufgrund von Fernbeziehungen immer lustige acht Stunden mit dem Flixbus quer durch Deutschland. Nice. Und das war genauso angenehm, wie es sich angehört hat. Das klingt fantastisch. Das klingt aber sehr schön. Wie und warum kommst du dann am Karfreitag zurück und bleibst nicht über das Wochenende noch? Ja, wie es sich immer anbietet, so mit Arbeit und hin und her. Es ist ein Riesenspaß, die Planung immer. Das heißt, du bist dann auch jemand, der sowas wie gute Podcasts oder so braucht, um acht Stunden Busfahrt zu überleben. Genau, zum Beispiel. Ich versuche gerade eine gute Überleitung zu acht Stunden Busfahrt zu bekommen. Die Legion war länger als acht Stunden unterwegs und auch nicht mit dem Bus. So ist es. Also der Zusammenhang ist, es ist etwas völlig anderes. So. Der erste Kontakt. Als mehr und mehr Orks nach Azeroth strömten, erreichten die Berichte über mysteriöse Kreaturen, welche den schwarzen Morast unsicher machen, schließlich auch Sturmwind. Gerüchte machten in den Straßen die Runde. Und wenn man ganz schnell rumgesprochen haben könnte, wer war denn eigentlich an Menschen da, mal abgesehen von Medivh, um das mitzubekommen da im Sumpf? Eigentlich gar keiner. Und war ja auch so ein Sumpf, der war da halt. Der ist halt so ein Sumpf, der ist wie so ein Sumpffischer. Ja. Krokodilmann in seiner Hütte mit so dicken Gummistiefeln. Der Krokodilmann in seiner Hütte mitzubekommen, wartet durch den Sumpf, aber immer bzzz, bzzz, brutal offen. Zack. Tausende Orks. Und dann musst du ja erstmal überleben, selbst wenn du da als Mensch bist. Eben, Axt in den Kopf und fertig, ja. Axt in den Kopf und dann war es das. König Lelaine entsandte Kommandant Lelothar, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich wollte gerade sagen. Entschuldigung. Ja, da ist fast vergessen. Also, wie dir hier die Form war. Lothar führte eine kleine Truppe von Rittern an und, ich habe gerade gelesen, Kundschaf, was ist denn ein Kundschaf? Kundschaftete den schwarzen Morast aus. Es dauerte nicht lange, bis er die Horde entdeckte. Zum ersten Mal trafen Orks auf Ritter aus Sturmwind und es entbrannte eine Reihe blutiger Scharmützel. Lothars Soldaten errangen mehrere kleine Siege gegen ihren Feind, doch jeder Ork, den sie töteten, schien durch zwei weitere ersetzt zu werden. Mit jedem Kampf gerieten die Menschen mehr in Unterzahl, bis Lothar schließlich keine andere Wahl blieb, als sich zurückzuziehen. Er war verwirrt. Wie konnte der Feind seine Truppen so schnell verstärken? Und vor allen Dingen, wie lange würde der Feind denn brauchen, um sich da komplett durch das Portal ins Land quasi zu begeben? Denn mir scheint das ja auch nicht besonders sinnig, da so langsam die Truppen reinströmen zu lassen und dadurch ja erstmal keine Überzahl zu haben, anstatt einfach da mit einer Million Orks zu stehen und irgendwie so die zwölf Level sieben Menschen umzuflexen. Ja, sie müssen natürlich aber auch erstmal gucken. Ich meine, sie kennen ja auch die Welt gar nicht. Es könnte ja auch sein, dass von dem Sumpf geht es erstmal tausend Kilometer runter. Oder es ist einfach nur ein Sumpf, wo du untergehst und wo du das Portal aufgestellt hast. Und dann kommen eine Million Orks weg. Invasion schon wieder beendet. Und dann siehst du nur noch so eine Nahaufnahme auf den Sumpf und immer so blub, blub, blub. Die zweite Invasion. Ähm, ja. Also. Lothar und seine Männer waren nicht tief genug in den schwarzen Morast vorgedrungen, um das dunkle Portal zu entdecken. Diese Region wurde von ihren Feinden schwer bewacht. Lothar ließ König Lelaine benachrichtigen, dass die eindringende Linge von irgendwo Verstärkung bezogen. Das Königreich musste sich auf einen Krieg vorbereiten. Unterdessen erstatteten die Orks Kriegshäuptling Schwarzfaust Bericht darüber, dass die Menschen der Region nun von ihrer Gegenwart wussten. Die Zeit der Vorbereitungen des Auskundschaftens war vorüber. Der Beginn des ersten Krieges stand unklimber bevor. Also genau das, was du gesagt hast. Erstmal ein bisschen ein paar Leute reinschicken, Auskundschaften gucken, was Phase ist. Mhm. Und dann überlegen, welche Truppen du wann, wo, mit wie vielen Leuten wohin bringst. Aber währenddessen halt das Portal schwer bewacht, weil du möchtest ja auch nicht, dass... Der umgekehrte Weg muss ja auch möglich sein, oder? Wissen wir das? Ist das Einbahnstraßenportal? Eigentlich wollen sie ja nur weg, ne? Ich meine, die Welt stirbt ja. Ja. Ich glaube, das ist nicht zwangsweise Planungsteil. Ja, ich habe nur gerade überlegt, ob es irgendwas bringen würde, den Menschen durch das Portal in die Welt der Orks zu gehen und dort irgendwie, keine Ahnung, mal die Orks platzuhauen oder so. Ja, gut. Der Lehrling des Wächters. Der Kampf zwischen Agwin und Medivh war vom Rest der Welt unbemerkt geblieben, was den Wächter ausgesprochen überraschte. Das überrascht nicht nur den Wächter eigentlich, ne? Das überrascht uns auch doch so ein bisschen, oder? Ne, gut, er hat ja alles platt gelötet, ne? Vom Drachen bis zu... Ja, stimmt. Und jeden, der irgendwie Zeuge gewesen wäre. Ja. Ich hätte halt gedacht, dass es wieder so ein Ding ist, wo halt, ähm, Magiekundige die Erschütterung der Macht spüren oder so. Ah, ja, gut. Aber die waren ja alle da im Endeffekt, ne? Der blaue Drache hier noch näher. Außer du bist ja ein magischer Turm, vielleicht ist er ja abgesiegelt gegen die Riegel oder sowas. So. Okay. Es gab keinen Überlebenden, die sich an die Ereignisse erinnern konnten. Und der Tod all dieser Adeligen erregte weit weniger Aufmerksamkeit als Medivh erwart. Wo ist denn der Henning? Der ist, äh, der ist tot. Der war beim Medivh neulich. Ja. Aha. Und, äh, Jürgen, der war auch beim Medivh, der ist, äh, tot. Feier ein bisschen länger. Und, äh, jetzt hier der Rest, das waren 17 Leute. Ja, die sind, die waren beim Medivh und sind tot. Wieso? Ist, äh, ist irgendwas da mit denen? Nee, 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 ich frag nur. Alle tot. Mal das Wochenende. Alle tot, ja. Nachdem die bei Medivh waren. Hm, okay. Na gut, dann wird da wohl nichts sein, ne? Wenn die da tot sind, ne? Das ist jetzt sicher nichts, wo wir uns, äh, sorgen müssten, ne? Nehme ich an. Bisschen Schwund ist immer. Bisschen Schwund, genau, ist, die waren ja auch schon, also, die hatten ja auch, die haben sich ja auch nicht gut ernährt die ganze Zeit, ne? Ist jetzt auch, war abzusehen, ne? Ja, der eine hat sogar mal geraucht. Der eine hat mal, äh, geraucht, ne? Der andere, der hat es eine Stufe weiter gemacht, der hat sogar gebrannt. Wahnsinn. Es gab keine Überlebenden und so weiter. Inzwischen hörte man im Königreich Sturmwind nur noch Geschichten über die barbarischen Orks, die aus dem schwarzen Morast hervorstunden. Okay, guter, gutes Argument. Und, dass man sich nicht über die fehlenden Adeligen unterhält, wenn im schwarzen Morast ein Dimensionsportal aufgegangen ist, aus dem eine Million große, grüne, muskelbepackte, fremdartige Wesen stürmen, die alle Menschen abschlachten. Kann ich irgendwo verstehen, dass man sich denkt, das ist jetzt das größere Problem, als, äh, dass hier, äh, Lord von und zu, Fürst von und so weiter, Heinsberg, äh, nicht wiedergekommen ist vom Feiern. Also, haben wir Verständnis für. Karazhan lag nicht weit von dort entfernt. Folglich wurde die Schuld am Verschwinden der Adeligen rasch den Orks zugeschoben. Aha, das ist auch eine nette Idee eigentlich. So rum wird's gedreht. Die Adeligen sind weg. Das waren die Orks. Ganz klar. Das waren die Fremden, ne? Ja, die sind hier hingekommen und seitdem ist hier, also, ich hab die Kriminalstatistik gelesen, seit die Orks hier angekommen sind, das sieht nicht rosig aus. Ich geh davon aus, dass das wohl die Orks waren. Ja, die klauen unsere Jobs und unsere Adeligen. Genau. Und sag mal, wo ist meine 300 Gramm Milka-Tafel? Entschuldigung, mal schätzen, dass das, äh, also, die, äh, die haben braune Zähne gehabt auch, die Orks, ne? Also, ich sag nur, ne? Ich sag nur, nicht, ich, ich persönlich, ich würde, ich hab noch nie was aus dem Kühlschrank genommen, was nicht, äh, was jetzt nicht meins, ähm, denke ich, war. Ja. Die, äh, Horde und die Angriffe auf die menschlichen Siedlungen beschäftigten auch den Rat von Tieresfall. Ah, Mensch, da, da, da springt der Rat von Tieresfall wieder in Action. Die sind ja auch in den letzten Hunderten von Jahren hervorragend und, äh, massiv in Erscheinung getreten, im Positiven und haben da extrem viel bewirkt, ne? Ja, es wird eigentlich Zeit für einen neuen Elite-Orden jetzt direkt. Äh, haben wir lange nicht mehr gehabt, ne? Mhm. Ähm. Und die Kirin Tor. Nice. Dass Kreaturen auf den Plan getreten waren, die man nie zuvor auf dieser Welt gesehen hatte und die zudem von dämonischen Energien verdorben waren, wog weit schwerer als die Bedenken bezüglich eines Wächters, der in ihren Augen nur ein kindischer, verwöhnter Lebemann war. Weißt du, ne, die eine Form, die weibliche Form wäre Schlampe und die männliche Form ist halt Lebemann. Das ist unfair, oder? Das ist ein bisschen unfair, ja. Voll sexistisch, ey. Das ist voll sexistisch, ne? Ja, wenn eine Frau mit zehn Kerlen schläft, dann bezeichnet man sie als Schlampe und wenn ein Mann das macht, dann nennt man den Schwul. Ja, oder Lebemann. Genau. Was ich mich halt frage ist, die sind doch eigentlich diejenigen, die die Legion und die Dämonen so ein bisschen die ganze Zeit abgehalten haben von der Welt, ne? Ja. Das war ja so deren Aufgabe, deren Ziel und das, wofür sie gelebt haben. Ist denen jetzt nicht irgendwie so ein bisschen was davon in den Sinn gekommen, vielleicht so mit dem Dimensionsportal, dass das möglicherweise das ein oder andere Problem darstellen könnte? Weil wenn sie das... So langsam? Bitte? So langsam kommen sie jetzt drauf, ja. Jetzt kommen sie so langsam drauf. Aber wenn sie das nicht relativ frühzeitig bemerken, wie haben sie dann die ganzen kleinen Risse im Gewebe der Bla aufspüren können, wo dann so ein kleiner, zotteliger, so ein Pinscher großer Dämon durchkommt und rumgackert, bevor er dann irgendwie weggelötet wird vom Rat von Tieresfall? Das kriegen die mit, überall auf der Welt, aber das riesen Dimensionsportal nach Drenor bleibt ihnen verborgen. Vielleicht ist es genau das Dämonische, weil es ja keine direkten Dämonen sind. Ah, das ist ein guter Punkt, weil es Orks sind und keine Dämonen selber. Genau. Und wenn du natürlich dann nur nach direkten dämonischen Einflüssen suchst... Aber haben sie nicht dämonische Energie, nachdem sie das Blut von Manoroth getrunken haben und so weiter und so fort? Genau, deswegen haben sie es jetzt überhaupt gefunden, würde ich sagen. Ah, du meinst, es ist so ein bisschen hier so quasi Homöopathie-Dämonen. Die haben so ein bisschen verwässertes Dämonenzuckerblut und deshalb hat man es erst sehr spät entdeckt. Genau. So ein bisschen wie beim Ozonloch auch. Genau so ist es. Da misst man halt die ganze Zeit rum und dann sagt man halt die Daten hier, nee, ist bestimmt ein Messfehler oder so und dann plötzlich, ah, Johannes, kommst du mal kurz, was denn? Ich habe gerade echt überhaupt keine Zeit. Johannes, hier im Schwarzemorast. Ja, was ist damit? Da ist kein Mensch. Ja, richtig. Da ist, wie sagen wir das jetzt dem Chef? Da ist jetzt wohl ein Dimensionsportal der Legion aufgestellt. Oh. Oh. Lass mal, pass auf. Ich mach mal Urlaub und wir schieben das einfach in die Mitte von dem Aktenstapel vom Chef und dann kann der halt gucken, dass er das so in ein, zwei Tagen, drei, vier Tagen wird er das dann so auf dem Schirm haben, denke ich, ne? Okay, gut, das so machen. Gut. Gut, also, Rat von Tieresfall hat auch was bemerkt. Und dennoch hatte der Rat Medivh nicht vergessen. Mehr denn je wollten sie ihn nun als Verbündeten. Um sich seine Unterstützung zu sichern, wandten sich einmal mehr die Kirin, nee, wandten sie sich einmal mehr an die Kirin Tor und baten sie, einen ihrer Schüler zum Medivh zu schicken. Das hat ja in der Vergangenheit auch hervorragend geklappt, die Schüler hinzuschicken. Ja, und Zeit für Nummer 100. Oh nein, ich will nicht zum Medivh. Oh, der riecht nach Fuß auch. Die Wahl fiel auf einen jungen Novizen namens Katka. Verrückt. Ja, Netersplitter. Nice, Netersplitter. 1999, nee, es war gar nicht 1999, das war wie 1987, ich weiß es nicht mehr. Irgendwer wird das jetzt bestimmt auch nicht wissen, aber googeln und dann schreiben und so tun, als hätte er es gewusst, wie immer unter den YouTube-Kommentaren. Äh, ach übrigens, Katka, der während seiner Ausbildung bei den Kirin Tor großes Potenzial gezeigt hatte. Das letzte, was er wollte, war unter der Ägide eines alten, zurückgezogenen, lebenden Magiers zu lernen. Moment, Willi, lieber unter der Ägide eines alten, toten, zurückgezogenen Magiers zu lernen. Ja, da ist seine Ruhe wenigstens. Der bislang, ich weiß auch, wie der war, der bislang alle seine Schüler vergrault hatte. Doch diese Entscheidung lag nicht bei ihm. Die Kirin Tor gaben ihm einen Befehl und Katka gehorchte. Als seine Ausbildung begann, sah der Lehrling seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Karazan war von morbiden Schatten erfüllt und Mediv neigte zu angsteinflößenden Stimmungsschwankungen. Alles klar. Der ist ja auch noch, ne, so wie, wie heißt der nochmal, Kinski, ne. Das ist ein Mediv. So stelle ich mir gerade Mediv vor. Immer völlig am Ausrasten und Katka immer, oh Gottes Willen. Und hier ist seine Bibliothek und dann werde ich in die Fresse hauen. Genau, richtig, genau sowas. Da gab es irgendwann mal ein Interview mit, ich weiß gar nicht, war das fast, mit irgendjemandem, der mit dem Kinski zusammengearbeitet hat und die haben irgendwo in so einem Dschungel gedreht und die Ureinwohner haben angeboten, Kinski umzubringen. Nachdem er so, sag nur ein Wort, wir machen den kalt. Ja, also ganz friedlich und happy und so, der hat ständig rumgeschrien. Nice. Ja, geil. Da hat er Glück gehabt, dass er Nein gesagt hat, oder? Mhm. Ich hätte auch gut sein können, dass du sagen, ja, ich sag mal Zwinker, also ich find Gewalt jetzt nicht gut, Zwinker, Zwinker. Ja, just a prank. Genau, so, wo waren wir stehen geblieben? Beim umherbrüllenden und launischen, stimmungsschwankenden, im Turm von Schatten beheimateten Medivh. Schlimmer noch, der Turm schien verflucht zu sein. Mehrmals erblickte Khadgar um herwandernde Geister und er hatte verstörende Visionen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Doch im Gegensatz zu den anderen Schülern bestand Khadgar Medivhs Prüfungen. Selbst wenn er sich mit gefährlichen Aufgaben konfrontiert sah, behielt der angehende Magier einen kühlen Kopf. Medivh beschloss, diesen neuen Lehrling nicht wieder fortzuschicken. Gewiss, es war ein Risiko, den jungen Mann in seiner Nähe zu behalten, aber Medivh war nun einsamer als je zuvor und Khadgar schlau, intelligent und wissbegehend. Der arme Medivh, ne? Ja, so schnell. Und dann hat er seine Freunde umgebracht und dann sitzt er halt da und denkt sich so, oh Mann, jetzt habe ich keinen zum Wippen zum Beispiel. Das kannst du ja auch nicht alleine. Ja, wer kennt er, komm, sag mir eine Beschäftigung, die du kennst, die dich schlechter alleine machen lässt als Wippen. Ja, gut, okay. Du kannst, bei Schach kannst du wenigstens doch Briefschach spielen, du kannst nicht Briefwippen. Stimmt. So, also hat er endlich wieder einen Partner zum Wippen gefunden. Schön. Wo waren wir denn stehen geblieben? Beim Wippen. Beim Wippen. Medivh offenbarte seinem Schüler, was die Kirin Thor ihm vorenthalten hatten, dass er der Wächter war, dass der Rat von Tirisfal wegen ihm in Sorge war und dass die Kirin Thor Khadgar als nichtsahnenden Spion nach Karazhan entsandt hatten. Seine Überraschung zum Trotz ließ Khast Khadgar sich nicht beirren. Im Gegenteil. Er war fasziniert. Er hätte nicht, hatte nicht vor, seine Ausbildung abzubrechen. Nicht jetzt, wo er von einem Wächter lernen konnte. Vom mächtigsten Magier auf der Welt. Boah. Schatten und Gespenster. Kurz nach seiner Ankunft in Karazhan hatte Khadgar eine seltsame, unheilvolle Vision. Darin sah er sich selbst als alten, weißhaarigen Mann, der nichtsahnenden Menschen in Dalaran tonnenweise Quests in die Hände drückte. Nein, das ist nicht der Text, der hier steht. Der Soldaten gegen grünhäutige Feinde in die Schlacht führte. Natürlich hatte er von den Vorstößen der Orks gehört. Aber wie die meisten anderen war er nicht sicher, was da von der Wahrheit entsprach und was erfunden war. Allerdings ähnelten die Kreaturen in seiner Vision den Beschreibungen der Orks, die ihm zu Ohren gekommen waren. Khadgar erzählte Medivh von der Vision. Der Wächter täuschte ahnungslos. Achso. Äh, die Vision. Äh, was? Wie grün? Mit so Hauern und Zähnen? Äh, nee. Keine Ahnung, was das sein soll. Das ist total, total Blödsinn. Weiß überhaupt nicht, wovon du... Muss kurz weg. Und behauptete nur wenig über die Orks. Orks, äh, ich weiß nicht mal. Das sind so, so, das sind so Früchte, ne? Äh, mit, äh, Kern. Nein? Nicht? Keine Früchte mit Kern. Er sagt, er hätte sich schon so lange hinter die Mauern von Karazan zurückgezogen, dass er kaum von der Gewalt im Süden gehört. Nichts von mitbekommen, sorry. Nichts gehört. Gar nichts. Also, äh, ich würde, ich würde dir gerne helfen, wenn ich könnte, aber nichts. Doch nun sei es an der Zeit, das zu ändern. Die beiden Magier ritten auf Greifen über den schwarzen Morast, um die Region auszukundschaften. Der Anblick der versammelten Orks erschreckte Khadgar. Äh, 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 äh. Orks. Die Armee war gewaltig und mit jeder Minute wurde sie größer. Ein Ork-Hexenmeister entdeckte die beiden Magier vom Boden aus und schickte ihnen seine Teufelsenergie entgegen. Medivh drängte Khadgar, ihren Feind zu vernichten. Der Lehrling hatte Mühe, den Ork zu zerstören und brauchte letztlich die Hilfe des Wächters, um zu siegen. Medivh und Khadgar begegneten auch Lothar. Der Ritter führte seine Soldaten auf eine Aufklärungsmission durch die Region und bekämpfte die Orks, auf die sie dabei stießen. Lothar wusste noch, wie verstört Medivh gewesen war, als er vor all den Jahren im Kampf gegen die Gurubashi seine Mächte entfesselt hatte. Dennoch bat er den Wächter, ihnen beizustehen. Sturmwind brauchte ihn, wenn sie die Orks bezwingen wollten. Zum Schein willigte Medivh ein. Er tat so, als würde er über die Worte seines alten Freundes nachdenken, äußerte Bedenken, seine unberechenbaren magischen Kräfte einzusetzen. Tatsächlich ging es den Wächtern, ähm, tatsächlich ging es den Wächtern, ähm, tatsächlich ging es den Wächtern jedoch darum, Zeit zu schinden, damit die Horde weiter an Stärke gewinnen konnte. Ähm, wir haben bestimmt eine Erklärung dafür, warum die Menschen von Sturmwind die einzigen sind, die sich den Orks entgegenstellen. Weil sie früher schon mal um Hilfe gefragt haben, ähm, im Trollkrieg und keine Hilfe bekommen haben, nehme ich an, oder? Genau, genau. Die haben ja, wenn ich mich nicht irre, hatten wir sogar einen Absatz, wo es auch darum ging, dass Sturmwind versucht hat, sich auch so ein bisschen zu verselbstständigen, ne, und nicht mehr so abhängig zu sein von den ganzen anderen. Also ihrer Kornkammer, Westfall, ihrem eigenen Hafen und so. Ja, aber, also, ich meine, sie sind ja jetzt einer, stehen einer Übermacht entgegen, die halt die, äh, das gesamte, ja, den gesamten, den gesamten Planeten bedroht, ne. Ja, trotzdem kein Versuch, Hilfe zu holen. Ähm, ob sie das jetzt schon so einschätzen können in dem Moment. Ich meine, die Trolle ohne Medivh hätten ja, Sturmwind auch platt gemacht. Insofern, ähm, denke ich mal, haben sie da jetzt noch gar nicht das Ausmaß, als solches erfasst auch. Ja, vermutlich, vermutlich. Ähm, Lothar weite Khadgar in Medivhs turbulente Vergangenheit ein. Er bat den jungen Magier, sich nicht nur als Schüler seines Meisters zu betrachten, sondern sich um ihn zu kümmern. Khadgar tat sein Bestes, aber schon bald bereitete sich Frustration in ihm aus, denn nach dem Treffen mit Lothar wurde Medivh noch launischer als sonst. Der Wächter verschwand Stunden oder gar tagelang aus Karazan und wenn er schließlich zurückkehrte, war er völlig erschöpft. Was Khadgar noch mehr beunruhigte, war der seltsame Gast, der sie im Turm besuchte, Garona. Der junge Magier sah in ihr eine Feindin, aber Medivh begrüßte sie herzlich und bestand darauf, dass auch Khadgar ihr mit Respekt begegnete. In den folgenden Tagen lieferten sich Khadgar und Garona zahlreiche Wortgefechte, doch schon bald entstand ein Band aus Freundschaft zwischen den beiden. Khadgar gelangte zur selben Überzeugung wie Medivh, dass die Halborgin tatsächlich bereit war, sich von der Horde abzuwenden. Gleichwohl nach einer Weile kam Khadgar zu einer höchst beunruhigenden Schlussfolgerung. Vor seinem Besuch im schwarzen Morast hatte der Wächter behauptet, nichts von den einfallenden Orks zu wissen. Und doch waren er und Garona offensichtlich schon befreundet gewesen, bevor Khadgar seine Ausbildung in Karazan begann. Medivh hatte gelogen. Boah, dieser Vertrauensbruch sollte im Laufe der Zeit immer weiter klaffen. Wow, crazy, ne? Richtig mies. Verbannung der Frostwölfe. Jo. Die Orks hatten begonnen, das Portal in größerer Zahl zu durchqueren, aber nicht alle kamen nach Azeroth. In den Jahren nach ihrem Sieg über die Draenei hatten sich mehrere Clans in Blutgier und Wahnsinn verloren. Zu ihnen gehörten der mächtige Kriegssimmeln-Clan, der Clan der zerschmetterten Hand und der Clan der Knochenmalmer. Kriegshäuptling Schwarzfaust hatte diese übermäßig aggressiven Clans in verschiedene Regionen der Höllenfeuerhalbinsel verbannt, wo sie dem Rest der Horde keinen Schaden zufügen konnten. Schwarzfaust glaubte, dass diese Clans sich als Risiko erweisen konnten, falls er sie an der Invasion von Azeroth teilnehmen ließ. Das Letzte, was die Horde brauchte, waren Orks, die anderen Orks in den Rücken fielen. Das sind viele Clans, ne? Große Clans auch. Mittlerweile einige, genau. Schwarzfaust verfügte, dass diese Clans auf Draenor zurückbleiben sollten. Er wusste, dass die Tatenlosigkeit schwer auf ihnen lasten würde und genau das wollte er. Sie würden nur in Geschichten von der üppigen neuen Welt hören, zu der die anderen zogen und nur die Reste ihrer reichen Beute zu Gesicht bekommen. Ein paar Monate des Wartens sollten diese Orks leeren, sich zu beherrschen. Falls sie dann noch unkontrollierbar wären, sollten sie auf Draenor bleiben und dort verrotten. Die meisten anderen Clans strömt durch das dunkle Portal. Schwarzfels-Orks, die Orks des grinsenden Schwarzzahns, die Orks des blutenden Auges, die Orks der brennenden Klinge und die Drachenmal-Orks und die Schattenhammer-Orks. Was ich mich halt frage ist, sieht er nicht das Risiko, wenn die ohnehin schon wahnsinnig werden, dass die drei Clans sich zusammenrotten und versuchen, auf eigene Faust gegen die anderen Orks durch das Portal zu kommen? Gerade wenn sie die Geschichten hören und die Verlockungen der neuen Welt hören. Das ist mit Sicherheit denkbar, aber wenn die so schon untereinander alles anspringen, dann sind die bestimmt auch zu... Nicht koordiniert genug und vor allem sind ja immer noch, wie wir jetzt gerade gehört haben, noch einige Clans mehr, die an der Invasion teilnehmen. Genau. Aber wenige, die noch dann übrig sind. Auch der Frostwolf-Clan ging nach Azoroth. Während des vergangenen Jahres hatte Häuptling Durotan weiterhin Guldans Motive hinterfragt und gegen den Einsatz der Teufelsmagie protestiert. Doch trotz seiner Abscheu vor der Führungsriege der Horde führte er sein Volk durch das Dunkle Portal. Auf Drenor gab es keine Zukunft. Nur in Azeroth könnten sie eine weite Generation lang überleben und hoffentlich noch mehr als eine Generation aus seiner Sicht. Vor allem hat er immer noch die Möglichkeit, wenn er selbst, wenn er sagt, ich stimme den restlichen Orks nicht zu, ich gehe mit ihnen auf die neue Welt und dann spalten wir uns ab und suchen uns auf der neuen Welt unsere Heimat und Plätzchen. Ja, genau. Zunächst kämpften die Frostwölfe gemeinsam mit den anderen Clans gegen die Menschen, doch ihr Schicksal lag nicht bei der Horde. Guldan konfrontierte Durotan im Geheimen und erklärte ihm, dass sein Clan nicht länger Teil der Horde sei. Auch verrückt. Die Frostwölfe mussten den schwarzen Morast unverzüglich verlassen und sollten sie je zurückkehren? Ja, falls sie auch nur Kontakt zu anderen Mitgliedern der Horde suchten, würde Guldan den gesamten Clan Männer, Frauen und Kinder vernichten. Durotan missfiel der Gedanke, sich von den anderen Orks zu trennen, aber er hatte gerade erfahren, dass seine Gefährtin Dracar schwanger war. Er wollte weder ihr Leben noch das des ungeborenen Kindes aufs Spiel setzen, indem er Guldans Zorn heraus... Das ist seine Motivation. Alle Menschen seines Clans werden ausgerottet, aber... Ah ne, meine Frau ist gerade schwanger. Also dann jetzt, dann wohl, dann halt stopp. Jetzt, dann gehen wir wohl, gehen wir mal. Ja. Äh, gut. Dracar war schwanger. Auch wusste er, warum Guldan sie am Leben lassen würde. Sollte Durotan sterben, würde ihn das zum Märtyrer machen. Und dann bekämen seine Warnungen beim Rest der Horde neues Gewicht. Gemeinsam... Das ist eine schlaue Logik eigentlich, ne? Mhm. Auf der anderen Seite kann man es halt auch in das Gegenteil drehen, dass man sagt, dann ist wieder der Kopf, der Anführer weg. Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert einfach bei einem, was er macht. Aber gut, in dem Fall muss man halt sagen, er hat ja schon lange Zeit gewarnt. Und wenn er lange Zeit warnt, wir können dem nicht trauen und wird dann von dem Typen umgebracht, vor dem er warnt, ist das, selbst für den dümmsten Ork so ein Indikator, vielleicht, äh, war da was dran an seiner Warnung. Maybe. Maybe. Stimmt. Gemeinsam mit seinem Clan brach er gen Norden auf. Es war eine beängstigende Reise, Azeroth war für sie ein unbekanntes Terrain. Und die Menschen von Sturmwit betrachteten jeden Ork als Feind. Gleichwohl, einen Vorteil hatten die Frostwölfe. Es gab Elementargeister in Azeroth und sie waren stark. Als einer der früheren Schamanen des Clans Drektha die Geister entdeckte, die dieser Welt innewohnten, war er zutiefst bewegt. Sie erinnerten ihn an das Erbe, von dem er sich auf Drenor abgewandt hatte. Drektha schwor dem Einsatz der Teufelsmagie ab, bat die Elemente um Hilfe, woraufhin sie ihm ein Geschenk machten. Die Geister zeigten ihm den Weg zu einem abgelegenen, frostbedeckten Gebirge. Das Klima dort ähnelte auf viele Weise dem des Frostfeuergrats. Unverzüglich brach der Clan auf, um diese Berge zu finden. Yay! Und damit schließen wir heute. Was mögen das wohl für Berge gewesen sein? Ich habe da so eine Idee. Es gibt da so ein Schlachtfeld, das nach einem Gebirge benannt ist. In diesem Schlachtfeld, richtig, das Aratibecken-Gebirge. So. Und in diesem Schlachtfeld steht Drektha als Boss der Horde. Hm. Hm. Zufälle gibt's. Strand der Uhr an. Richtig. So, mein lieber Herr Craft, mögen Sie für unsere Schüler zusammenfassen. Denkt dran, das ist alles prüfungsrelevant. Das wird alles abgefragt. Kein Multiple Choice. So, sehr schön. Wir hatten mal eine Situation, ist noch nicht die Zusammenfassung. Und zwar im Geo-Unterricht. Das ist noch nicht die, danke, dass du sagst, das ist nicht die Zusammenfassung. Wir hatten mal eine Situation im Geo-Unterricht. Anmerkung, Barlow, das ist jetzt nicht die Zusammenfassung. Ja? Ja, und da meinte unsere Lehrerin auch, ihr müsstest auch alles lernen, was wir hatten in diesem Jahr für die Abschlussprüfung. Und dann meinte ein guter Freund von mir, wie alles? Und ihre Reaktion war dann, ja, wenn du meckerst, kann ich auch noch mehr dran nehmen. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Es gibt also auch noch ein Mehr nach alles. Good to know. Du musst alles lernen, ja, oder noch mehr. So, deswegen. Nicht beschweren. Ja. Freunde. Wir hatten heute den ersten Kontakt, und zwar zwischen Menschen und Orks. Ja, so langsam gab es in Sturmwind und drumherum. Also quasi das, was Warcraft, also mit Warcraft Orks vs. Humans. Jetzt, for the first time. Ja, genau. Das haben wir jetzt hier schwarz auf weiß. Oder grün. Oder grün. Grün auf weiß. Schwarz. Schwarz. Ganz viele Farben überall. Und ja, Medivh war immer komisch. Und jetzt auch noch irgendwie Berichte von grünen Monstern und so. Genau weiß man immer noch nicht, was das sein soll. Irgendwie neue Trolle, böse Geister und so weiter und so fort. Denn ans Portal kommt keiner so wirklich ran. Das beschützen sie, ja, wie ihr Portal halt. Wie ein Portal. Ja, wie ihr Portal, genau. Muss man gar nicht groß abschweifend werden. Ja, und trotzdem gibt es die ein oder andere Truppeneinheit, die entsendet wird. Natürlich auch mit unserem guten Lothar. Und die stellen relativ schnell fest. Das ist eine Invasion. Das ist ein neues Völkchen. Die sind stark und die haben irgendwie endlos Verstärkung. Werden nämlich nicht weniger, sondern immer mehr. Das ist so ein bisschen der Stand. Das ist das Erschreckende daran. Das ist das wirklich Erschreckende daran, genau. Und es gibt ein bisschen Verluste auf beiden Seiten. Aber so wirklich wissen sie sich noch nicht zu helfen. Ja, unser König Lain wird informiert. Und so langsam steht der Krieg vor der Tür. Aber das ist erst mal gar nicht interessant, denn Khadgar kommt zu Medivh. Yay, als neuer Lehrling. Lott-Twist. Nicht der erste Lehrling, den Medivh hat. Nicht der erste, das ist wahr. Und das weiß er auch. Deswegen hat er eigentlich überhaupt keinen Bock. Ja, da kommt irgendwie der Rat vom Tier. Verständlich. Kein Lehrling hat eine Ausbildung abgeschlossen bei Medivh. Und von dem ist nichts Positives bekannt. Der hat da seinen Party-Turm, von dem die Leute verschwinden. Da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf, wenn mir jemand sagt, ey, weißt du, wo du deine Ausbildung machst? Nee, sag mal, hier im Al-Qaida-Hauptquartier. Oh nice auch. Das ist doch so ein Partyhut, so eine Tröte. Komm, geh, geh, geh. Alles ist genauso geil, wie er sich das ausgemalt hat. Der Turm ist eindeutig verflucht. Es gibt irgendwie Geister. Es gibt Dimensionsrisse. Medivh kommt anscheinend selber mit sich und seinem Leben nicht so klar. Von Stimmungsschwankungen bis sonst was. Das ist alles nicht so geil. Das sind keine fünf von fünf Sternen. Und trotzdem bleibt er da. Denn Medivh sieht in Khadgar etwas. Zum einen ist er nicht ganz unfähig. Der besteht die ganzen Prüfungen, wo die anderen Lehrlinge alle durchgekracht sind. Und zum anderen ist er eben nicht nur intelligent, sondern auch wissbegierig und ganz viele tolle Sachen. Hier Adjektive aus einer Bewerbung einfügen. Medivh offenbart ihm so ein bisschen mehr, dass der Rat von Kirin Tor, der Rat der Tieresfallen, dass sie ihn als Spion schicken wollten, dass er der Wächter ist, die bei Khadgar erstmal ein bisschen neues Feuer entfachen. Er sieht jetzt die Situation ein bisschen anders, als Chance vor allem beim Wächter zu lernen. Und hofft eben auf eine sehr positive Probleme, dabei ist, dass sie ja nur auch relativ nah dran sind an diesem Portal. Das heißt, auch Khadgar kriegt so ein bisschen mit von den Orks. Medivh stellt sich allerdings dumm. Und so sind sie da in ihrem Turm und fristen ihr magisches Dasein. Ja. Ja, bis sie dann mal einen Erkundungsritt wagen, weil Khadgar nicht locker lässt. Er möchte jetzt mehr über die Welt, über die Magie, über die Orks auch wissen, über diese neuen möglichen Verbündeten oder Feinde. Deswegen reiten sie erstmal aus. Kriegen auch das erste Mal zumindest Khadgar so ein bisschen von der Teufelsenergie mit. Müssen da alles geben, um so einen Hexenmeister von den Orks, der sie entdeckt, umzulöten. Und ja, wie es so ist, zufällig ist auch Lothar noch in der Nähe. Und alle treffen sich so ein bisschen wieder. Keiner merkt, dass bei Medivh oben mehr als eine Schraube locker ist. Und ja, Medivh versucht sich auch möglichst normal zu geben. Ja, wobei sie halt schon vorher zumindest so ein bisschen Ideen hatten, dass da eine Schraube nicht mehr so ganz locker ist. In den Trollkriegen haben sie das ja schon mitbekommen. Lothar zumindest. Wobei eben völlig anderes Level müssen wir, glaube ich, sagen, weil mit Sageras und so rechnet eben keiner. Ja, okay, das stimmt. So ein bisschen ein Weg von dieser Macht, die er da entfesselt hat. Und was es in Sturmwind nicht alles für lustige Ereignisse gab. Und Medivh schafft es eben, diese Maske zu wahren. Lothar ist happy, Khadgar ist nicht ganz so happy, denn es gibt noch einen zweiten lustigen Handlungsstrang in dieser Richtung. Denn Garona, als zumindest Halb-Org, besucht ja immer wieder Karazan. Und Medivh ist zu ihr ganz freundlich und bittet auch Khadgar genauso zu sein. Und da kommt Khadgar auf die wahnwitzige Idee, dass Medivh doch von den Orks wusste und irgendwie mehr weiß, als er tatsächlich preisgegeben hat. Und das macht ihm ganz schön zu schaffen. Ja, also das ist aber auch, muss man sich halt so ein bisschen auch fragen, was stimmt denn mit unserem Medivh nicht so ganz, dass er nicht diese einfache Verbindung herstellen konnte. Denn es hätte einfach sich irgendwas erfinden können, dass er versucht hat, etwas gegen die Orks zu unternehmen und so weiter und so fort. Denn es ist halt so ein bisschen komisch, wenn du sagst, ich habe noch nie von den Orks gehört und dann besucht dich ein Halb-Org jeden Tag. Ja. Das ist halt, und genau das ist dann das, weswegen es Medivh auffällt. Oder er ist ja die ganze Zeit schon ein bisschen skeptisch. Aber wo ihm dann auffällt, dass definitiv Medivh gelogen hat. Und das ist natürlich noch wichtig, da wir ja wissen, dass das der Fall ist bei Medivh und wissen auch, warum das der Fall ist. Und dass er ja sehr, sehr stark selber daran beteiligt ist am Einfall der Horde nach Azorot. Und Khadgar jetzt eben so ein bisschen skeptischer unterwegs bei einem, was ansteht, weil das eben schon eine Vertrauensbruchswunde ist, die so ein bisschen länger klaffen wird. Ja. Ja. Wir sind noch bei den Orks gewesen, bei den Frostwölfen, denn es steht so langsam an, weitere Clans durchs Portal zu schicken. Andere sind durchgedreht. Ja. Andere, die kennen wir aus den zerschmetterten Hallen und so weiter, sind eben zurückgelassen worden und dürfen nicht mit, weil sie eine komplette Gefahr sind. Die können jederzeit freidrehen und Berserkermäßig eben alles rumtothacken, was ihnen vor die Klinge kommt. Deswegen werden die zurückgelassen. Andere gehen eben durchs Portal. Und auch Dothan ist dabei mit seinen Frostwölfen. Draka ist mittlerweile schwanger. Direkt da als Schamane wird eingepackt. Und so machen auch sie, auch wenn sie Bedenken haben, weil das eben alles mit Gul'dan, Sterbender Welt, Neuinvasion, Dämonenergien und so, das ist immer noch nicht Eos. Sie gehen trotzdem mit und können, ob sie wollen oder nicht, jetzt ihren eigenen Plan verfolgen, denn Gul'dan schmeißt sie einfach raus. Ja, der hat jetzt langsam die Schnauze voll und sagt einfach, Durutan, im Geheimen, kriegt kein anderer mit, du und dein Clan, ihr seid jetzt einfach raus. Ja, was wahrscheinlich insgesamt aus Durutan-Sicht fast die beste Lösung sein muss, oder? Eben, das war jetzt wie auf dem Tablett serviert eigentlich. Dein Clan wurde nicht irgendwie hier abgeschlachtet und niedergemetzelt oder so. Er konnte den alten, kaputten Planeten verlassen, ist nicht mehr unter der Kontrolle der durchgedrehten anderen Orks, hat nicht mehr die Gefahr, die er auch bestanden hätte, noch auf Draenor von den ausgeschlossenen Ork-Clans auf der Höllenfeuerhalbinsel und hat irgendwie ein festliches Land, wo er sich eigentlich nur noch ein schattiges Plätzchen suchen muss. Genau. Und Jackpot, denn Direktor ist Schamane, kommuniziert direkt so ein bisschen mit den Geistern und findet direkt ein lustiges Gefilde, was eben der Heimat der Frostwölfe dem Frostfeuergrat ähnelt und da machen sie sich auch direkt auf den Weg unheimlich. Ja. Ja. Das ist unser aktueller Stand. Gut. Schön. Dann würde ich sagen, wir hoffen, ihr hattet Spaß wie immer und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Macht es gut und tschüss. 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 Vielen Dank.